Hallo, ich bin die Alex. Ja, ich habe letztes Jahr meinen Jagdschein gemacht und war bisher leider noch nicht mit auf der Jagd. Jetzt bin ich hier mit Fieldsports World auf meinen ersten Bock eingeladen worden und ich hoffe, das klappt heute. Wünscht mir also viel Jagdglück. Und auch mit der Huffdeff, gegen das. Ja, wenn man jetzt alles passt. Was wir tun jetzt ist, wir machen noch einen Schuss. Ja, ist gut. Aber jetzt versuchen wir ein bisschen schneller den Schuss abzugeben. Okay. Okay, gut. Da ist schwer. Vorne bitte nicht. Und hier drauf nicht. Ja, ich muss hier genau hinten sein. Alles was wir tun, ist das Gewicht ein bisschen weg und wir können ein bisschen links und rechts. Und dann du komm heuer und tiefer. Okay. Besser? Ja? Ja. Okay. Und Alex, bist du aufgeregt? Ja. Total. Total aufgeregt? Ja. Okay. Aber ich freue mich. Total. Spannend. Und jetzt haben wir gerade eben schon Bock gesehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall was los hier. Mal schauen, ob sie sich gleich auch noch mal zeigen, wenn wir in Stellung gehen. Mal gucken. 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 Das war's. ? ? ? ? ? Musik Ich bin fast. Untertitelung des ZDF, 2020 Buh, Buh, Buh. Musik Es ist halt X7, also die Fans. Heute läuft es nicht. Scheiße. Ich habe keine Kontrolle. Ich habe keine Kontrolle. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der hat irgendwas mit seinem Ohre hängt, da so komisch zur Seite. Wecy positional und personal. Wie weit ist das von dir? Hdepend600 km. Wir laufen jetzt den kleinen Weg hier, Bock, und wir schauen mal das Meisfeld an, weil wir gestern die zwei Böcke gesehen haben. Und ja, von da schauen wir, wo der Wind kommt. Und dann, wenn wir einen Bock finden, dann können wir einen Plan machen. Okay, kriegen wir hin. Okay. Was I'm trying? Was I'm trying? Was I make a fall? Yeah. Was I making a fall? Yeah. Was I'm trying to get a fall? I'm trying to get a fall. 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 Super Schuss. So will man das haben. Und? Wahnsinn. Pumpt das Herz? Bis nach oben. Hat es mir aber auch leicht gemacht. So will man das. So will man das. So will man das? Oh, we're going to get to the front. So will man das? And that will be so good. And that will be so good. So will man das? Vielen Dank. Und, glücklich, Alex? Ja, glücklich und erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Alles super. Schon sehr aufregend, glücklich. Ja? Und plötzlich geht es dann so schnell, ja. Das ist schon, das ist schon richtig. Also wir haben den Laster zweimal. Wir kommen nah dran, aber nichts nah genug. Und ich habe gesagt, ab und zu wird passiert, ab und zu wird passieren nicht. Ja. So, bei mir zu Hause lang. Vielen Dank, Merci. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Erleichtert bin ich, dass alles so gut geklappt hat. Ja, also. Ja, aufregend, ich werde es nicht vergessen. Ja? Ja. Es ist endlich auf das Platten gekommen oder auf das Fieb. Ja, das, wir haben den Laster zweimal keinen richtigen Erfolg. Und heute Abend, ja, es funktioniert wie das muss funktionieren, ja. Und ich sehe, von deinem Gesicht, du bist ganz glücklich mit der Situation. Ich bin total happy. Ja, und ein guter Schuss, ein oder zwei Zentimeter zurück, aber ist alles, alles super, ja. Für deinen Österbock, das ist wirklich ein toller Schuss. Danke euch. Okay. Okay. Ich stehe jetzt ein bisschen drüber rein. Jetzt sind das Ohrstecken. Geht nicht anders. Sieht gut aus, ja. Ja. So, wir enden zu einem erfolgreichen Jagttag heute. Ja. Also, es ist actually, wir haben zweimal raus, kein großer Erfolg. Wir haben Rehbocken gesehen, aber wir kommen nichts dran. Und für einen Grund, wir haben nichts besprungen. Und dann, ja, heute Abend, ganz plötzlich, ist alles super funktioniert. Die Bocke da auf die Platte angekommen. Ist super, super Schuss für deinen Österbock, ja. Vielen Dank. Und, ja, hat, sagen wir mal, 40, 50 Meter gelaufen und sofort hingelegt. Und ist alles erlebt. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ohne das hätte ich das nicht geschafft. Auch gestern Abend und heute Morgen viel gelernt wieder, viel Erfahrung von dir mitgenommen. Und, ja, ich bin total erleichtert, dass es alles so gut geklappt hat. Mein Herz ist mir bis nach oben, in die Kehle, hat es geklopft. Und bin aber froh, dass der Abschnitt trotzdem so super geklopft hat. Und, ja. Ja, bei mir hat es mir auch nützige Freude, dir auf die Jagd zu führen. Und ich wünsche dir das Allerbeste für das nächste Jagdverlebnis. Vielen Dank. Freude, meinst Dank. Ich wünsche dir das Allerbeste für das Allerbeste für das Allerbeste.